Ja, servus, hier ist Tim Bensko im Thema Freundschaft. Ich habe einen besten Freund, Philipp heißt ja. Wir kennen uns seit langer, langer, langer Zeit, haben früher zusammen Fußball gespielt und es ist an sich noch nicht so besonders. Das Besondere ist aber, dass wir damals schon immer darüber sprachen, dass wir irgendwann mal Musik machen würden, was ja völlig abwegig ist, weil unendlich viele Menschen Musik machen möchten und das meistens nicht klappt. Wir hatten so den Plan, Mensch, ich werde großer Sänger und er wird der große Background-Sänger und haben uns das im Detail ausgemalt. Und absurderweise machen wir jetzt den ganzen Tag nichts anderes. Wir fliegen durch die Gegend, fahren durch die Gegend, ich singe und er singt mit und sind die glücklichsten Menschen der Welt. Das ist mein bester Freund. Cool, ne?